Ich unterstütze Mainz Zero, weil viel zu lange, viel zu wenig passiert ist. Ich unterstütze Mainz Zero. Ich, Sven Neonimus, unterstütze Mainz Zero, weil ich auch meinen Kindern eine lebenswerte Umwelt hinterlassen möchte, weil ich mir für uns und unsere zukünftigen Generationen eine lebens- und liebenswerte Stadt wünsche, weil die Wissenschaft klar gezeigt hat, dass wir Menschen für die Erderwärmung verantwortlich sind, denn ich habe die Vision, dass wenn jeder einen Schritt geht, wir viel bewegen können, weil das Thema Klima, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit die zentralen Herausforderungen unserer Zeit sind. Mit dem Klimaentscheid können wir alle aktiv etwas zum Klimaschutz beitragen. Mainz Zero. Mit diesem Klimaentscheid können wir unsere Stadt in eine klimaneutrale und sozial gerechte Zukunft lenken. Dürren und vertrocknete Felder, Rekordhitzetage und sinkende Grundwasserpegel. Der rasant voranschreitende Klimawandel beeinflusst doch längst unser Leben. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Um den heutigen und zukünftigen Generationen eine sichere und lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten zu ermöglichen, müssen wir jetzt handeln. Auch Mainz kann und muss seinen Beitrag zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und des 1,5 Grad Ziels leisten. Deshalb wollen wir, dass die Stadt Mainz einen konkreten Klimaaktionsplan erstellt. Alle von der Stadt beeinflussbaren Faktoren sollen genutzt werden, um Mainz bis 2030 klimaneutral zu gestalten. Über die vorgenommenen Maßnahmen soll es einen jährlichen öffentlichen Bericht geben. Dafür haben wir in Zusammenarbeit mit German Zero einen breit gefächerten Maßnahmenkatalog erarbeitet. Von Stadtraumgestaltung und Grünflächen über die Mobilitätswände bis hin zu Gebäudesanierung und Stromversorgung. Besonders wichtig ist dabei die sozial aufträgliche Umsetzung. Klimaschutz muss gerecht sein. Und das schließt auch eine sichere und natürlich gesunde Zukunft für nachfolgende Generationen mit ein. Deshalb müssen wir jetzt handeln. Sag Ja zum Klimaentscheid. Ich bin dabei. Ich unterstütze es auch. Und ich bin auch dabei. Ich bin dabei. Also, wir sind auch dabei. Bäm! Unterstütz uns jetzt mit deiner Unterschrift, einer Spende oder in einer unserer Arbeitsgruppen. Wir machen Mainz klimaneutral. Für uns. Für unsere Kinder. Für ein lebenswertes Mainz. Ich bin dabei. Ich auch. Und ich. Wir auch. Ich bin auch dabei. Und ich. Ich auch. Und ich. Ich auch. Wir sind dabei. Ich bin dabei. Ja, ich auch. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Vielen Dank.